Das ist Familie Fröhlich. Die Kinder schauen viel Fernsehen, chatten, zocken und posten. Mama und Papa Fröhlich sind sehr unsicher. Was davon und wie viel ist gut für ihre Kinder? Die Medienanstalt Hessen kümmert sich um diese Fragen. Wir sorgen dafür, dass Kindern und Jugendlichen in den Medien nichts begegnet, was ihnen schadet. Das machen wir durch die Prüfung der Radio- und Fernsehprogramme sowie der Internetangebote aus Hessen. Weil man Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt aber nicht immer vor problematischen Inhalten schützen kann, ist die Vermittlung von Medienkompetenz ganz wichtig. Wir unterstützen Kinder und Jugendliche in Kita, Schule, Uni und Familie, Medien kompetent und zielführend einzusetzen und Inhalte kritisch zu hinterfragen. Wir bieten medienpädagogische Projekte für Kinder und Jugendliche, Fortbildungen für Lehrkräfte und Erzieher, Infoabende für Eltern und Veranstaltungen. Wir entwickeln außerdem Materialien wie Handbücher, Medienpakete, Flyer und Internetportale. Bei allem geht es um Mediennutzung. Themen wie Hate Speech, Cybermobbing, Fake News, Datenschutz und Urheberrecht. So ist die Medienanstalt Hessen also nicht nur für Familie Fröhlich eine ideale Anlaufstelle, um sich in Zukunft in der Medienwelt risikofrei bewegen zu können. Mehr Medienkompetenz für Hessen. Sprechen Sie uns an. Mit Medienkompetent in die Zukunft. Ja, in Weltkriege. A portion Kliniumsärm O